Hallo und willkommen zurück. Ja, im letzten Teil haben wir ja schon die ersten beiden Türme im Schneegebiet freigeschalten. Und heute ist dann der dritte dran. Und was wir noch so erleben, wenn wir das ganze Gebiet freigeschaltet haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wir befinden uns gerade in der Schneekugel. Und die haben eine Schneekugel mit Fischen. Äh, lol. Ja. Ich kann hier ein Karusel fahren. Warte, wenn ich feinste Richtung. Das muss man bestimmt irgendwie anschubsen von den Schieferhund. Warte. Äh. Dann, dann jetzt bei Rot wieder. Warte mal. Das ist wie im Elektromotor. Ich muss bei Rot schubsen. Oh, Mann. Stell dich mal daneben, dann ist es ein bisschen leichter, das Heimlich zu treffen. Ich muss auch mal bei blau schubsen. Ja, ich muss bei blau schubsen. Da hat hier einen Schieferhund, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht. Andererseits, ich habe ja schon bei ein paar Sachen gedacht, du kriegst einen Schieferhund. Oh, ist das schwer. Ja, ich muss bei mir. Ja, was kann ich denn tun? Oh Wo bist du denn? Ne, jetzt noch ein Liegestuhl frei Was ist das? Ich bin ein bisschen weggekommen Ich bin langsam auf dem Weg Was ist das? Oh, eine Chance zu chillen? Danke Das ist, wo wir letzte Mal auch geholfen haben Erinnerst du? Ich liebe diese Städte Ich kann die Sonne fühlen, meine Gesichter Das ist eine Aussicht Ah, ist schon schön hier Oh, was bist du denn? Warum ist das Ding hier? Guck mal, du siehst die Küche Ufff Du siehst echt die Wohnungen außendrum Ich weiß Deswegen ist es hier Wie cool Geronimo Die wollen auf jeden Fall Schneebälle, Alter Hier ist nochmal so ein Schneeballhaufen Ui, ist überall Kaffee Was? Ne, okay Okay Huh, das wird bestimmt frei geschalten, wenn wir den Turm hier gemacht haben Dem Ne, Turm machen Hier auch jetzt kann ich ziehen und jetzt kann ich hier wahrscheinlich ist der andere weg doch so besser ich muss nochmal ich hab komplett verkackt am Ende ja du musst noch kurz kommen ich bringe hier oben drauf und jetzt bringe ich ok du musst relativ schnell dann rüberdrehen ich bin zu früh gesprungen ich dachte es ist schon da ok auf den Turm ja du musst wieder rüberdrehen ah jetzt komm ich sonst bin ich sogar entfernt nice to this plötzlich einfach Sommer auf 32 Grad ja das sind Schlitten da sieht es so aus als würde es weitergehen in der Mitte in der Kapsel hey hey und das ist die letzte Bühne alle hey hey es sieht so aus als würde es weitergehen ich bin ich gerade tief runter gefangen du kannst jetzt gleich nicht für das kleine Kind anschubsen ja das kann ich nicht ja ich hui 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 hey hey das hat dann Schiefmann gegeben oh nein es ist runter gefangen nein oh ff nein ich habe keinen Tag gefangen ähm das ist nie passiert du hast nichts gesehen nein nein ah kf du hast booked du hast du hast du hast du hast wenn ihr klinken da habe ich meinen kann ich nur ziehen okay du kannst mich damit kennen jetzt ja mann Der muss es ziehen. So, es muss es ziehen. Es muss es ziehen. Es muss es ziehen. Ich glaube, den kriegst du einfach nicht mehr genug. Na, wir können hier uns hier dringend. Ja, ich kann nur den blauen Runenbuse. Und Bambo singen. Ich hab die Schneemänner kaputt gemacht. Upsi. Ey, jetzt ist mittlerweile richtig voll hier. Ja. Kannst du die Schneemänner aufwerfen? Oh, und Brustbereich auch nur? Ja. Kannst du einzeln. Da ist was. Bicycles rowing. Mh. 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 Ich kann nicht was essen, Alter. Wir essen den, die halt ganz verkaufen. Ja, alle weg. Lass mir noch einen. Hier drin sind doch noch welche. Wer wird's alle aufessen? Oh nein, und hier kannst du auch alles essen. Alles auf dich, alles auf dich. Kann man die Lutsche auch? Ich lass dir ein paar Kirschen da. Das sind ein Schokoäpfel. Das sind die Kantechäpfel, oder? Ja, da sind die Kantechäpfel, genau. Okay, hier sind noch Lollis. Ne, mir ein paar Lollis. Kann man sich hier mal fressen? Nein. Ich glaube, ich zum Glück nicht. Oh nein, jetzt werde ich angerufen. Hier sind noch Lollis. Nein, die Kantechäpfel, ich fass mich hier so lange voll. Oh, das ist gut. Oh, ich kann noch was gefunden, Diggi. Oh, so kassig. Vielleicht gibt's noch mehr, vielleicht. So, was bist du? Rechtszapfen werfen. Okay. Darts ist definitiv mein Name. Ja, aber du hast nie gespielt Icickel Darts. St. Prinzipien. Oh, Mann. Kann man? Oh. Oh, Mann. Ich liebe das, das. Bring crew, mein Arrow. Halt ab. Triff grad nichts. Diggi, das ist der größte Schmutz. Witzig, aber das Registrier da vor vier und von meinen Klicksal war nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich spamm die Maustaste und passiert auch nichts. Ich musste zur Maus wechseln, Alter. Deswegen hast du so viele Punkte. Natürlich, Digger. Aber das Schlimmste ist, die Maus war auch noch ultra lahm. Das heißt, ich musste es trotzdem hustlen, aber es war viel besser wie mit dem Controller, Alter. Ja, aber meine Maus ist auch relativ langsam in dem Spiel. Das war... Ich verstehe auch nicht meine... Jemand stellt sowas auch nicht ein. Das ist wahrscheinlich so Standard-Kacke. Ja, wahrscheinlich. Ist der oben noch? Ist der oben noch? Was ist das? Ich glaube, ich habe nur geguckt. Ja. Genau. Da stand ich auch mal kurz drin. Die Stadt kannst du wahrscheinlich alleine schon fünf Stunden erkunden. Safe. Bevor ich zu dieser Kugel gehe, ist so viel los. Aber es ist auch so eine schöne Stadt, wie überall so Kleinigkeiten. Aber es gibt hier eine rote oder eine blaue Turtle. Das ist wie ein Mario. Gibt es doch irgendwas, wo ich die reinwerfen kann? Wir müssen die Turtles hierher bringen. Wir müssen die Turtles zu ihrer Mama bringen. Da. Da hat mich. Wo ist die Mom? Hier. Hä? Oh, worry. Sie versuchten, deine Kinder nach Hause zu bringen. Äh, ich glaube, du musst die roten. Ich krieg die schlechte Schubst. Du kannst relaxen, Turtle. Wir bringen deine Kinder zurück. Okay, einer noch. Oh, ich sehe jetzt die Turtles. Hey, Hilfe, ich kriege den Schubst fest. Tö. Tö. Der wollte dich, äh, oder so. Tö, tö, tö. Hab sie. Hallo, kleine Turtles. Kommi. Ächtung, wichtige Turtle-Rett-Mission. Schwupps. Schwupps. Tö, tö, tö. Heeeeeee. Auaaa! Das ist... Tö, tö, tö. Ah, ich weiß jetzt, mit Musik. Ja, Mann. Tö, tö. Tö, tö. Tö, tö. Tö. Nö. Hehehe. Süß. Ich hab da hinten noch irgendwo... Warte mal, wo war denn das? Kördigang! Hier ging's irgendwo noch runter. Huh? Eh? Ahem. Woaaah! Uuuuuh. Das ist eigentlich die Regel für alle Fahre, oder? Die anderen sind andere durch. Oh, jemand macht Schneeangels! Ich liebe diese als Kind! Was? Wo bist du? Doch, ich hab noch einen Engel gemacht. Ich bin hier gespawnt. Komm mal her. Ich kann's dir nicht mal erklären. Ich bin ein Engel! Check out my wings! Hehehehe. Warte. Ich bin hier nicht liegen. Nein, einer ist rum. Naja, daneben so rum. Hier, wo ist noch mal ein frisches. Jetzt soll ich jetzt so... Wie? Warum tritt halt nicht immer so? Ich glaub das... Der ist einfach so ein Verrafter. Hm. Ah. Wenn es das Gegenteil sind. Hm. Jetzt. Ohhhhhhh. Ah, süß. Ding, ding, ding. Der steht Kopf über dem Schnee. 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 Nein! Oh oh. Hilfe! Ja, ich glaube, hier bin ich vorher runtergefahren. So, sollen wir weiter? Hey, wenn du möchtest. Okay, wenn ich den Fehler hier hoch schaffe. Wep. Toi, Speedy. Alter, du bist so traurig. Ja, mit Sicherheit noch irgendwas übersehen. Schon nicht sogar ein paar Sachen, aber... ...und wir jetzt nicht drei Stunden nur an dem Level hier rumhängen. So. Oh, das geht gar nicht unterirdisch. Das ist eine Gondel. Schau an all diese lustigen Leute! Die ganze Stadt ist wieder alive. Wir haben es geschafft. Kein ... Dann ... ... ... ... ... Schaffelbot Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Erpressparty. Uff. Well, hey! Hey! Ja, das ist mehr so. Was ist hier hinten? Der Heizabzing. Nein. Kann ich diesen? Klasse hier gerade Klamotten? Nein. Hey, wir füllen diesen! Nein. Nein. Nein! Strohhut, komm! Zylinder! Da kotzen die Erbsen in den Schnee! Der ist so klein, der muss sein! Man nennt mich Strohhut Ruffy Hey! Hilfe! Ich bin ein bisschen stuck hier! Okay, der war weit Mäh! He! Sieht auch schon ultra gut aus Geht Was ist das schön aus? Huuu Huuu Spiiiit Ouuu Hey Cody! You feel the rhythm? Oh yeah! Okay! Wuuu! Das ist die Schweizer Popon, Junge! Hahahaha Oh das ist ein gestrandeter Wald, Alter! Huuu Die Entwickler sind echt... Hahahaha Huuu 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 Oh je Huuu Huuu Alter! Diese Tüge, klar! Nun, nun, nun! Schatterkabinen! Das ist unglaublich! Uuuui! Okay, das war... Das hatte ich Spaß gemacht gerade. Wo müssen wir nach der Oberfläche kommen, von hier? Oh, komm mal! Das Lichter wird dich nach der Oberfläche bringen! Nur folgern die Lichter! Aber die Lichter sind nicht auf! Manchmal! Hiya! Die Antwort ist... ...Headens, beneath the surface! Ich hab's gemacht! Ich hab's gemacht! Und ich hab's gemacht! Oh Gott! Das sieht schälen aus! Ich hab's gut in kaltem Wasser! Aber er sieht... ...cool aus! Werden noch Boote, kann ich nicht mit dem Boot runterf... ...Nop! ... ... ... ... ... ... ... Es wäre sein erstes Portal, denke ich, und dann geht es immer den Weg weiter Wie krass die Farben sind Ah, nein, es ist sogar nur zu gucken Ist das so gut? Oh, ich sehe die Leit Was ist diese Maschine? Ich denke, es ist direkt unter der Leithaus Was ist das? Oh, ja Oh, ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Was ist das? Mit einer Schmutzung ein Verlangen wird sterben. Ja, genau. Wir geben uns ein paar Schmutz und wir werden den Divorce verabschieden. Schmutzung kommt in vielen Formen! Mann, wann war die letzte Mal du Cody gegründetst, für alles in deinem Haus? Oh... Well... Und wann hast du mir gewalt, ein Verzweck für die Arbeit in der Arbeit, um die Familie zu unterstützen? Ah, hihihi! Ah, naja, war das Zeit, als... Du kennst... Können Hühnchen sein, Alter. Die müssen auch eine Anspielung an irgendein Spiel oder so sein. Ja, dann ist das nächste Gebiet wohl ein Unterwassergebiet. Und wir werden die Candy Factory wieder zum Laufen bringen, um an der wie hat das genannt? Sweetness in unserer Beziehung zu arbeiten. Na, das dürfte ja eine süße nächste Folge werden. Also, schaltet wieder ein, macht's gut und bis dann. Tschüss!